Hallo zusammen, ich hier ist wieder Heutela und herzlich willkommen für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar durch euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg. Hoch anstrengend und für dieses Achievement müssen wir HK, die Mana Sturms, Händlerin Xiexa und Musala in einem einzigen Besuch auf der anderen Seite auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch beziehen, während mindestens ein Gruppenmitglied von Verderbtes Blut betroffen ist. So, was ist Verderbtes Blut? Das ist ein Debuff, den wir von HK bekommen. Und das ist im Endeffekt dieser Kreis, den ihr hier seht, um der um einen Spieler rum ist. Da gibt es dann ein paar Sekunden lang einen Debuff. Und dieser Debuff, sobald er ausläuft, springt auf die anderen Spieler über, die in dem Kreis stehen. Heißt, solange immer zwei Spieler zusammenstehen, wo einer von denen den Debuff hat, springt der Debuff immer wieder hin und her. Man kann ihn quasi endlos aufrechterhalten. Es gibt aber die ganze Zeit Damage. Was ist jetzt unser Ziel hier bei dem Achievement? Wir gehen in das Dungeon rein, schauen, dass wir jeglichen Trash in dem kompletten Dungeon weghauen. Das macht es wesentlich einfacher. Also tötet einfach allen Trash in den Dungeon, lasst alle Bosse stehen. Dann schaut am besten, dass ihr das andere Achievement bei Xiexa davor macht. Ihr könnt die Instanz resetten und dann nochmal reingehen. Das geht, falls ihr jetzt nur das machen wollt, ist es egal. Aber versucht nicht beide Achievements gleichzeitig zu machen. Das macht es bloß unnötig kompliziert. So, sobald ihr allen Trash umgehauen habt, lauft ihr zu HK und spielt HK relativ normal runter und stellt so ab 40%, würde ich mal sagen, zwei Spieler zusammen. Bei uns sind es jetzt hier die beiden Magier. Und jetzt laufen wir einmal durch die komplette Instanz durch und laufen zu jedem Boss. Diese zwei Magier, in unserem Fall, die laufen jetzt immer zusammen und wir werden jeden Boss so runterspielen, dass diese beiden zusammenstehen. Wichtig ist, die sollten am besten nicht sterben und wenn einer stirbt, sollten halt da andere Leute noch mit reingehen. Ihr kriegt hier die ganze Zeit Schaden oder zumindest die zwei Spieler, die den Buff halt die ganze Zeit hin und her bouncen. Dementsprechend muss der Heiler da auch ein bisschen aufpassen. Und ihr könnt natürlich den Trash auch stehen lassen, macht es aber wesentlich schwieriger. Also wenn ihr den vorher cleart, ist es ein bisschen einfacher. An sich ist es dann nicht das große Problem. Wir haben es hier mit zwei Rangers gemacht, was bei den meisten Bossen einfacher ist. Das Einzige, was ich empfehlen kann beim Endboss, swappt ihr es am besten und zwar auf den Tank und den Heiler. Da ist es ja so, dass man sich aufteilen muss in die vier Positionen und Tank und Heiler gehen meistens in eine Position. Deswegen macht es da tatsächlich Sinn, wenn man es am Ende einmal wechselt. Das heißt, am Ende geht es von den, bei uns waren es jetzt wie gesagt zwei Range CDs, haben wir es einfach von den zwei Range CDs auf mich als Tank und den Heiler rüber geswappt und dementsprechend dann da hin und her gebounced. Es gibt noch so ein paar kleine Schwierigkeiten. Unter anderem, wenn man zu den Mana-Sturms geht, da gibt es ja auch ein paar Movement-Parts. Wir haben es so gemacht, dass man vor dem Movement-Part, wo man ja auch runtergekickt werden kann, dementsprechend das auf alle Spieler nochmal gespreadet haben. Falls zwei runtergekickt werden oder einer von den beiden, die zusammenlaufen, dann hat es zumindest noch wer anders. Und man muss nicht nochmal die komplette Instanz, den Trash wegklären und Hakada nochmal spielen. Also das sind so Kleinigkeiten. Oder beim Händler Xiexa hat man die Geschichte, dass man am Schluss nochmal von ihr zurückgeportet, oder geportet ist es nicht, aber man fliegt dann so durch den halben Raum zurück. Da sollte man gucken, dass man, bevor man diesen Geist anklickt, nochmal es rüberspreadet auf die andere Person. Es kann nämlich sein, dass es dann während des Dingens ausläuft und dementsprechend dann ärgerlich ist. Bei uns war es, glaube ich, ganz knapp. Eine halbe Sekunde oder so waren wir da tatsächlich noch drüber. Gut, sobald ihr dann jeden Boss damit besiegt habt, prockt auch schon das Achievement auf. Und ja, schwierig ist es nicht. Man muss nur ein bisschen gucken. Wenn ihr gute Heilung darauf habt, dann könnt ihr auch das auf nicht nur zwei Spieler hin und her bouncen lassen, sondern ihr könnt es dann auch auf alle im Raid ständig hin und her bouncen lassen. Dann geht ihr vielleicht, oder fahrt ein bisschen sicherer tatsächlich. Müsst ihr halt ein bisschen mehr wegheilen. Wir haben das hier mit sehr wenig Geh gemacht. Ich glaube 200 Item Level. Mittlerweile dürfte man schon wesentlich mehr haben. Und dementsprechend sollte das eigentlich dann kein Problem sein, wenn es auf dem ganzen Raid aktiv ist. Oder auf der ganzen Gruppe. Gut, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.